ein 3 in um ja er kann sein wenn es geht und so und heute dabei ist die dieser hallo die Und natürlich unser lieber Fawn. Hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Nein, Spaß! Ich hab keinen Klang wie das hier funktioniert. Hä, hast du das Race hier noch nie gemacht? Nein, das ist hässlich. Ok. Ja, ich verkack's wahrscheinlich. Ah, Bro. Ich muss hier runter. Nee, nee, lieber nicht. Ich mach das, lass das lieber dich machen, als die, ich weiß nicht, was die Lisa so drauf hat. Warte, da muss ich Maus dann kurz runter machen. Egal, warte, die macht schon. Okay, ich hoffe, die weiß das. Ja, ja. Aber jetzt verkack's ich. Oh Gott. Warte, weil dann bleibt einfach da und schießt mit Shotgun rüber. Ja, bin ich am liebsten machen. Achso, ja. Ja, das ist eigentlich, ja. Das meinte ich eigentlich. Ja, aber ich muss erst mal da rüber kommen. So, ich meinst du richtig, ganz pro-like? Wie das die Pros machen. Ah, so. Oh, Pro, Alter. Sollen wir hier aus der Karte gehen? Kenntest du das? Ja, da ist, glaub ich, so ein Feld, ne? Ja, ja. Kriegt das überhaupt was? Ja, da kriegen wir alle Waffen. Oh, okay. Alter, sorry. Oh Gott, ich kann das nicht. Du musst dich an der Wand festhalten lassen, noch weiter unten. Vorsicht, irgendwann kommt Freeze. Ach, ich bin drüber. Okay, gut. Darf ich auch noch rein? Warte, wenn ich das... Ich hab's. Oh, nein. Oh, wenn ich jetzt feile, Alter, dann hab ich das selber. Du musst Tuch und zurück. Ja, so. Ja, genau. Äh, wie genau ging das? Ah ja, warte, komm mal mit. Ich glaube, irgendwer hat mir das letzte Mal gezeigt. Komm mal mit. Hier lang. Ah. Komm hier runter, aber vorsichtig, ich glaube, irgendwann kommt an, Huckebill. Genau jetzt. Ah, genau, hier kommt wieder Huckebill. Ah ja, hier, Vorsicht, Vorsicht, jetzt. Hier steht aber nur. Äh, wo gehst du hin? Runter. Hä, ich hab Leute gefunden. Hier unten. Komm mal runter, halt dich an der Wand. Ja. Und lasst einfach fallen. So. Jetzt hier... Hey, wie kommen die da hin? Keine Ahnung. Jetzt hier lang. Candice! Wo bist du denn? Oh, ich hab so Angst, dass ich einfach runterfalle. Oh! Ja. Ich find das eigentlich endgeil. Aber ich glaub, am Ende kommt man nicht weiter, nur wenn man... Ich weiß jetzt nicht, wie wir es geschafft haben. Letztens mal. Oh Gott, wo ging es jetzt weiter? Ich hab's vergessen. Ich glaub, hier ging es hoch. Ah, ja. Map created by Tuck. Und da muss man irgendwo rein, ne? Äh, nein, 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 nein. Warum? Denk auf auf Rängen, wir haben wir vorfangen. Dann kann man rein. Nee, nee, wir können weiter hoch. Warte mal. Hier jetzt weiter. Ist eigentlich endfanny. Ich find das endgeil. Warte auf mich. Ah, 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 bitte sei offen. Nein, es ist zu. Hier müssen wir rein. Ich weiß nicht, letztes Mal ist da so ein Kerl einfach durchgegangen. Und das hat mir dann die Tür aufgemacht. Hm. Hm, ich kenn mich natürlich da voll aus. Ist hier auch meine Lounge da. Aber hier steht auch vor allem, steht hier Tuck, ist geil. Also hier müssen wir jetzt mal feiern. Ja, und es ist meine Lounge. Hier, Chiller Lounge. Ja, Chiller Lounge. Hey, ja so kann man rein. Wenn wir jetzt runterfallen, dann sind wir da, wo die anderen Leute waren, da drin. So, aber wir müssen irgendwie da rein, oder? Ja, aber durch die Dinger kommt man ja, wenn man genug Schwung hat, oder? Aber da braucht man völlig. Nee, da kommt man nur durch, wenn man einen Ninja hat. Ja, da, ja, ja, ja toll. So, was machen wir jetzt? Ein Rocket Jump, rüber. Boah, ich bin richtig schlecht im Rocket. Nochmal so. Da, unten sind so Stacheln, glaube ich. Ey, ich bin mal da gewollt. Hast du mal kackt? Nee, ich bin, ich bin bei Braids irgendwo, bei Candy's Clan. Hä? Hä? Was? Ich bin aus der Konfi. Ich kann nicht. Der drückt ein Sieglochspieler. Hä? Wo bist du denn? Ja, ich bin wie ganz weit nach unten gefallen. Ich komme auch unter, warte da. Ich rette dich. Warte, ich bin bei Du or Dai irgendwie so. Ich bin bei Candy's jetzt ganz. Ich bin bei Crazy Man. Ich bin bei Lollcracker und Crazy Man. Ich hänge in irgendeiner Ecke fest. Hä? Du hast Leute gefunden? Hä? Hier ist so ein Teil. Soll ich da reinspringen? Komm. Ich bin ganz normal. Ich spring aber rein. Ich spring aber rein. AH! Es war Freeze! Ich bin Freeze! Ich bin einfach in Freeze gesprungen. Komm mal ganz rechts runter. Ganz rechts runter. Hm? Ganz rechts runter musst du. Wieso? Äh, weil... Weil ich hab verkackt. Und wie komm ich nach ganz rechts nach unten? Ich bin jetzt ganz links und... Ich bin bei Crazy Man. Ja, dann lauf einfach nach rechts. Ich bin einfach in... Oh Gott. Ach so! Ja, warte, warte. Ey, wie bist du da reingekommen? Warte. Habe ich Grenade? Ja, habe ich. Perfekt. Ha. Äh, ich bin da außen rum. Oh, fuck, fuck. Meine Maus rutscht runter. Lass mal wieder treffen. Komm mal hoch. Hey, nix, sorry. Das ist kein Dreck. Schade in Eintritt. Ich bin da außen rum. Mein Mann auch, Bro! Ha! Ich bin sehr entspannt. Komm mal zum Anfang. Ja. Oh Mann. Hey. Hallo. Ja, hallo. So trifft man sich wieder. Ja, ich hab geailt. Oh. Boah, ich konnte das auch mal besser. Ich mag Starblock oder V3, aber die sehe ich nicht. Ja, V3 mochte ich auch. Früher immer endgern. War ich immer noch, aber irgendwie zu viel gezockt früher. Sleeping Forest ist cool. Der hat mir den Trick daraus gezeigt, glaube ich. Sleeping Forest ist cool, das müsst ihr euch alle merken, weil Sleeping Forest ist cool. Oh, ich krieg dich nicht so hoch, doch, doch. Nein, Pro. Wow. Wollte ich grad hammeren, dann hängt der dich. Ich kann's einfach, ne? Besser Trick ever. Aber Starblock gefällt mir nicht, ich mag dieses Blau und das Design der Teils nicht. Ich auch nicht, die Farbe bei meinem Monitor ist kacke, weil ich die nicht richtig aufgeklappt habe und dann sehe ich das nicht, also... Ja, Pro. Okay, warte. Wenn ich das jetzt packe, dann bin ich das. Geh mal da rein. So. Ich hab Angst. Du musst wissen, dass ich Angst habe. So. Ich hab... Ihr könnt zu zweit durch, gell? Wenn er dich hupt... Ah... Hm. So spät. Da gibt's auch so'n Trick, da kann man durch. In der Map gibt's wohl die vielen... Wohl die vielen Tricks, ey. Das ist einfach die Fail-Runde des Jahrzehnts. Wollen wir wieder rausgehen? Dann kriegst du ja nix. Ja. Okay, dann lass mal ein ganz normales Race machen, das schaffen wir sowieso nie. Ja, ich weiß. Das ist übelst lang. Das ist genau so wie das Race im V3 Royal. Das kriegt man nicht hin. Ich hab mal in irgendeiner V3 Royal ein Race geschafft. Das war wahrscheinlich... Das war so richtig kurz, aber ich glaub das war ein anderes. Als das, was du meinst. Ich mein das große, wo man alle Waffen bekommt, nicht einer. Ups. Oh, das war Skill. Ähm, hm? Hier sind so'n viele Leute. Ah, das Leaping Forest. Hey, mit dem Mo... E3... Musik. Mit dem Weich mal im Team. Du musst dich an die Decke hooten, sonst kommt der nicht durch. Hä, was dritte? Ich war mit dem mal Team. Ah, da kommt Lisa, 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 Lisa. So. Geh mal durch. Ja, genau. Ah. So. Sehr schön. Äh, Lisa, Lisa. Lisa, tu es. Oh, der ging jetzt drauf. So, wie geht dieser Tart jetzt? Ich glaub so, und... Wie wollt's denn das sagen? Warte, ich zeig dir mal kurz. Geh mal, spring mal auf mich. Geh mal, spring mal auf mich. Genau. Ah. Wie wollt's denn das sagen? Ja, genau so geht er. Ja, aber auch verkehrt. Lass mal andere Map, oder? Andere Map? Ja, aber... Egal welcher, aber nicht diese hier. Schassige. So, die D-Rest-Map? Die D-Rest-Map? Die D-Rest-Map ist noch schlechter, aber... Keine Ahnung, Game Map V2 oder sowas, V3... Hm. Wir können V3 mal versuchen, aber da ist Sleeping Vorrest nicht mehr. Okay. Auf den kann man verzichten. Hast du den nicht ins Gold? Nur, ich kenn den. Nur so. Bisschen. Äh, auf ne leeren Server? Ja, eigentlich egal. Wir können auch auf dem Vorhinein und ich block alles. Äh, ich hab hier ein R... Wie auch immer das heißt. Sag du mal, wie das heißt. R0XF... R... Prox heißt R. Ja, genau. Nein, ich doch. Ja. Okay, geh einfach mal drauf. Ja.